Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep, meine lieben Hai-bratenden Fischfreunde. Ähm, ich hab hier... Ah, okay, gerade. Umbaka-chaka, umba-chaka-ba. Ab durchs Busch, ab durchs Busch. Ja, ich sollte vielleicht echt mal langsam im Busch... Oh, Essen! Ich sollte vielleicht echt mal langsam im Busch auswandern, weil ich bin ja scheinbar der deutschen Sprache nicht mehr mächtig. Und, ähm... Cookt, Shark, Meet, Chunk, Chunk. Chunk. Ich drück die ganze Zeit die falschen Tasten hier. Warum? Warum regst du dich denn auf und schmeißt das Ding in die Ecke? So, nächsten Fisch. Chup. Und chup. Ich hab mir gerade noch mal so ein bisschen so zwei von die Dinger hier gesammelt. Zwei AK4. Kartoffelernte wollten wir gerade noch betreiben. Ich war auf der Insel vorhin und war natürlich so unglaublich helle und habe vergessen, dass ich... eigentlich auf jeden Fall... eigentlich auf jeden Fall... sag mal... einen Eimer gebraucht hätte, weil ich wollte mir ja Wasser abkochen. Ich hab ja ein bisschen Nahrungsmittelfutter-engen Wasserpass. Und deswegen... habe ich natürlich genau das nicht mitgenommen, was ich gerade am wichtigsten gebraucht hätte. Aber so ist das halt zwischen den... Nee, nee, hell. Zwischen den Folgen, da vergisst man ganz gerne mal, was man machen wollte. Wie zum Beispiel eigentlich was trinken, anstatt eine Kokosnuss essen. Haben wir denn noch irgendwo Wasser? Jetzt war nicht das Lagerfeuer ausgegangen. Na, das finde ich jetzt aber untruh. Ähm... Gut. Ähm, dann... Müssen wir natürlich mal der Richtung wechseln. Da ist ein Rochen. Rochen können wir aber nicht essen. Das ist doof. Doofes Vieh wollen wir nicht. Gut, ich glaube, dass wir in die Richtung mussten hier. Ich speichere mal ganz kurz eben hier auf den Slot, wa? Und dann nehme ich mal den Battle in der Hand und dann machen wir uns mal hier drüben auf die Socken. Ich hoffe mal, dass war die Insel hier. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube... Mein untrüglicher Sinn sagt mir, es ist diese Insel. Aber das ist so falsch, das weiß ich jetzt schon. Aber es ist egal. Vielleicht finden wir mal was Neues, Schönes. Vielleicht so eine Insel mit, äh... leicht bekleideten... Hallo Fisch! Leicht bekleideten, Baströckchen-tragenden... Rainer Karlmunds. Das will zwar keiner sehen, aber auch die brauchen halt ein bisschen Liebe und Zuneigung. Toll. Super. Jetzt pennt die Regie hier rum. Und wo bleiben meine Anweisungen? Ich brauche doch hier... Wo ist mein Souffleur eigentlich, der mir die ganze Zeit die Karten hochhält, was ich sagen soll? Heißt das heutzutage eigentlich noch Souffleur? Ich habe keine Ahnung. Jetzt kommt mal die Gegenfrage. Wer von euch weiß eigentlich, was Souffleur ist? Ich meine, so Hype habe ich es ja schon verraten, aber... Na gut. Brauchen wir es... Also wie gesagt, da gibt es ja im Theater und so weiter. Da gibt es ja halt diese kleinen Kästen, die vorne stehen und so weiter. Wo früher halt dieser Typ drin saß, der einem halt im Falle von einem Texthänger dann mal auf die Sprung geholfen hat. Deswegen halt Souffleur. Weil der hat den Text dann in einer kleinen Rolle in ein Souffle reingepackt und dir das dann in die Fresse geworfen. Deswegen heißt das Souffleur. Vielleicht hat es aber auch was mit Zuflüstern zu tun. Das weiß ich nicht genau. Ach guck mal, ein Fischi. Sollen wir den Fischi kaputt machen? Ich glaube, wir holen uns den Fischi. Fischi! Wir sind ja Fischfreunde und deswegen hauen wir immer direkt auf den Hai drauf, wenn wir einen sehen. So, das war es dann mit dem Hai. Na, kommst du wohl? Komm, Fisch! Heute kommt Fisch auf den Tisch! Alter, wie weit man den werfen kann? Ist ja witzig, warte mal. Juhu! Juhu! Hä? Ich hab gesagt, Juhu! War so ein bisschen Mario-like, ne? Juhu! Das passt sogar. Juhu! Man merkt, ich hab heute Spaß. Das könnte an der Überdosis Drogen nehmen, die ich heute gekriegt hab. Danke dafür übrigens, Ela. Ach ja. Ich und meine Axt. Wir haben schon Spaß hier. Ja. Wir wollten weiter in diese Richtung paddelen. Und da wir jetzt gerade angekommen sind, hier in einigermaßen... Äh... Da draußen blinkt's am Himmel. Das ist entweder ein UFO oder ein Hubschrauber. Ich hoffe natürlich, dass es sich um ein UFO handelt. Ich befürchte, es ist ein Hubschrauber. Kommen wir jetzt hier eigentlich einigermaßen souverän über die Insel drüber? Ja, kein Problem. Wir paddeln hier rüber. Den Hai da drüben, den ignorieren wir auch einfach mal gerade. Da schwimmen wir einfach mal voll dran vorbei. Und ich glaube, die Drogen bei der Regie wirken gerade auch wieder richtig. Ich knallt gerade noch mal richtig schön durch einmal. Das heißt, wir müssen jetzt noch zwei Sprünge machen, bis wir dann drüben auf der anderen Insel sind. Mhm. Das ist die Kackboi schon wieder. Wieso kam die Kackboi jetzt eigentlich schon bei... ähm... beim ersten Sprung. Das kommt doch eigentlich... Warte, das muss ich nochmal kurz eben merken. Ich habe das im Zweiten jetzt hier markiert gehabt. Nicht, dass ich mich jetzt irgendwie verfransliert habe. Auf jeden Fall kommt man hier relativ zügig von A nach B. Das finde ich schon mal ganz nice. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich muss mal gerade eben... Ich muss mal gerade eben ein Schlückchen Flüssigkeit hier zu mir nehmen. Sonst verdurste ich hier noch. Ja, ich wubbel aber hier auf dem Boot auch mal so doof durch die Gegend. So. Endlich wieder mal nicht zu Hause. Das ist ja richtig schön hier. Aber Hauptsache, wir haben hier ein Bett. So. Angekommen sind wir. Zu der Insel müssen wir gleich wieder. Das können wir uns mal ganz kurz eben hier schon mal... Ja, komm. Warte mal, da haben wir doch einen Pfeil liegen. Der zeigt nur leider nicht ganz auf die richtige Insel. Das heißt, das müssen wir mal ein bisschen korrigieren hier. So. Jetzt passt schon besser. Was sagt unser Zustand? Geht eigentlich. Die Pusteln werden auch immer netter am Arm hier. Die haben schon richtig schöne Farbe. Die Dellen und Beulen. Das ist ja zum Abschlecken ist das hier. So, wir hatten hier irgendwo hier Fisch geparkt. Da haben wir noch zwei Stück. Haben wir ja am nächsten Stack voll. Ja, haben wir einen Stack voll. Deswegen gucke ich auf die Uhr, weil wir daran wissen. Vier Stück. Wir haben Klopf. Wir haben den Motor. Ein Messer. Wir haben hier relativ viel AA, wenn ich das mal sagen möchte. Rockshard. Haben wir hier vier Stück hingelegt. Ich möchte jetzt nicht drei Stück mitnehmen. Wenn ich stattdessen auch vier Stück mitnehme. Auf jeden Fall nehme ich den Eimer mit. Da habe ich mich ja letztes Mal drüber mokiert, könnte man ja sagen. Was liegt denn da? Kokosnötchen. Omnibus. So. Wir sind jetzt auf der Insel. Möchte ich jetzt erst zurück zu der anderen gehen oder möchte ich jetzt erstmal hier bleiben? Eigentlich. Eigentlich möchte ich nach Hause. Das heißt, wir müssen hier noch zwei Sachen, die ich dann früher oder später nochmal einsameln muss, weil Sachen in die Sonne. Die Sonne sagt, wenn ich Gas gebe, schaffe ich es. Deswegen sagt die Sonne, gib Gas und dann schaffst du es. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey. Was ist eigentlich, wenn ich das einfach mal aus Spaßes halber einfach mal ein Dreier probiere? Ich werde wahrscheinlich sowas von hochkann aus dem Boot fliegen. Aber ist egal, ich habe ja gerade gespeichert. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir hier die Boje nicht bumsen. Aber sonst muss man ja echt sagen, es hat ... Wua! Ähm. Ich quitt mal eben. Wo ist denn jetzt? Ich paddel mal einfach weiter. Dübdi, dübdi, dü. Das Vieh kam jetzt aber verdammt schnell an, mein lieber Schwan. Ich hab's zum Glück nicht gesehen. Ich will's auch gar nicht sehen. Interessiert mich gar nicht. Ich bin doch fast gar nicht verkrampft gerade. Achja, wir sind ja auch ein bisschen am rumsiffen. Deswegen ist er wahrscheinlich so schnell angeschlagen. Soll ich weiter paddeln? Schaffe ich das? Komm, das schaffen wir. Wir sind doch nicht von vorgestern. Wir sind von vorvorgestern. Und Leute wie wir, die von vorvorgestern sind, die schaffen das auch nochmal eben rüber zu paddeln, auch wenn's langsam dunkel wird. Das ist alles kein Problem. Wir müssen gerade die milderen Umstände nutzen, dass wir es gerade noch hell haben. Nicht, dass wir es hell haben. Nein, dass es nicht neblig ist oder am Regnen ist oder sonst irgendwas. Ich hätte es wahrscheinlich einfach nicht sagen sollen. Alter, wie schön der Arm am Leuchten ist mittlerweile. Diese Punkte, das ist ein Traum. Das ist richtig schön, hör mal. Da wird jedes Glühwürmchen, wird er von Neid ablassen. Na komm schon, Insel. Komm näher. Hab dich nicht so. Ich weiß doch, du willst es doch auch. Gut, also Memo an mich selbst nochmal. Es ist nicht gut, diesen Dreier zu benutzen. Das wird halt einfach so richtig instabil. Das Bötchen meine ich jetzt. Und kann man lieber in Kauf nehmen, ein bisschen länger zu paddeln. Wo hab ich denn das Bett eigentlich geparkt, sag mal. Äh, Bett. Bettchen. BettyBettBett. Ähm, bin ich jetzt total blöd? Wo hatte ich denn auf meiner Hauptinsel das Bett hingestellt? Ah, hier. So, gut, oder? Äh, 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 äh. Ein neuer Tag beginnt. Ach, ist das schön. Das ist total toll. Da freue ich mich. Entschuldigung, ich musste gerade mal den Tag mit einem Morgenfurz beginnen. Und den wollte ich natürlich jetzt nicht hier live noch drin haben. Und, äh, wir haben Kohldampf bis sonst was. Äh, wir müssen auf jeden Fall ganz schnell was essen. Vorzugsweise so ein lecker Krebelchen hier. So ein lecker Krebelchen. Was wir natürlich gerade nicht nehmen können, weil unser Eventar total voll ist. Okay, Krabbe hat jetzt nicht besonders viel gebracht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal Kokosnüsse essen. Äh, wir lassen aber auf jeden Fall mal gerade hier das Zeug hier, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel Le Gasolintank. Und, äh, den Eimer, den machen wir jetzt gleich voll. Wir wollten nämlich jetzt gerade mal gucken, dass wir uns hier so ein bisschen weiter, äh, mal so ernährungstechnisch, äh, ne, dass wir so ein bisschen weiterkommen. Ich hab doch übrigens gesehen, die eine geöffnete Kokosnüsse ist wieder verschwunden. Das heißt, das ist echt doof. Geöffnete Kokosnüsse bleiben also einfach nicht liegen. Also zumindest glaube ich, dass ich sie nicht gegessen hab. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass ich sie nicht gegessen habe. So. Und nach dem Wegnuss mal von den Wecker Kokosnüssen geht's einigermaßen wieder. Aber ich möchte trotzdem gerne, dass die Werte ganz voll sind, einmal gerade. Immer schön die Werkzeuge sparen, denn Werkzeuge sind ja lieb und teuer. Und alles mit dem Messerchen machen, also mit dem blöden Handgeschnitzen, macht ja jetzt auch keinen Spaß, weißt du. So, wir holen uns mal gerade mal ein bisschen Wasser. So, der Eimer hat sich gerade gefüllt. Dann müssen wir uns jetzt ein bisschen, ähm... Ich hoffe, wir regenerieren uns jetzt auch fröhlich weiter. Das fände ich jetzt gerade zumindest ganz angenehm. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser. Das heißt, wir müssen ein bisschen Holz nachlegen, um das Ding wieder anzufachen. Und das machen wir, indem wir uns Holz holen. Und zwar von da drüben. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. So, acht Stück. So. Irgendjemand möchte sich mal eine Übertragung ansehen. Ja, das ist schön. Ich stream nur leider nicht. Das vergessen die meisten halt immer wieder. Ganz gerne. So, top, 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 top. Müsst ihr die jetzt schon wieder anzünden? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm... Feuerzeug. Da ist das Feuerzeug. Habe ich jetzt gerade den roten Hai gegessen? Ja, habe ich. Dementsprechend bröckelt es gerade ein bisschen raus aus mir. Wir sind da oben jetzt gerade aufgeplöppt. Ich weiß es nicht, aber es ist auch egal. Ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wir sehen uns dann bei Stranded Deep wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Däumchen nach oben. Und bis denn. Tschüss. Aber... So. So.